Herzlich Willkommen, ich bin der Sparplaner und in dem heutigen Video geht es mal wieder um mein Depot. Und zwar ist der Oktober in den Büchern und dementsprechend kann ich einmal meine Zahlen veröffentlichen, wie es bei mir so lief. Und ja, nachdem der September im Vormonat der schlechteste Monat war, den mein Depot bisher gesehen hatte, sieht es im Oktober jetzt wieder deutlich besser aus, reiht sich an vierter Stelle ein mit 6,8% wie es nach oben ging. Und damit ist auch die Gesamtperformance dieses Jahr mit 5,2% wieder deutlich im Plus, obwohl auch der November hier ja schon leider wieder etwas negativ gestartet ist und da Berücksichtigung findet. Mal schauen, ob ich das Plus noch irgendwie ins Ziel retten kann, tendenziell der November und Dezember ja eher bessere Monate. Also von der Zyklik her sollte es da eine Möglichkeit geben, allerdings das Jahr ja bisher insgesamt relativ schlecht unterwegs. Das wäre also ein Riesenerfolg, wenn man da mit einem kleinen Plus rauskommen könnte. Ja, ansonsten insgesamt mein Depot 2.982,59 Euro plus gemacht, was schon eine ordentliche Summe ist. Und insgesamt an Wert zugelegt hat es 4.082,59 Euro, da ich auch diesen Monat wieder einiges investiert hatte, ganz zum Anfang des Monats schon, was sicherlich nicht die schlechteste Idee war, wenn man mal schaut, wie der Monat so verlaufen ist. Ja, zuallererst werfen wir einmal einen Blick auf die Wertentwicklung meines Depots und wenn man hier oben einmal schaut, im August, Mitte August war der bisherige Höchstwert mit 46.604 Euro und diesen Wert habe ich hier zumindest kurzzeitig am Ende des Oktobers überschritten. Mal schauen, das ist jetzt der 1. November, das war das absolute Peak mit 46.752 Euro, also ein neuer Höchstwert. Allerdings, hier unten, man sieht es an der roten Linie, der Hauptgrund natürlich die Einzahlung und Käufe, die ich getätigt habe, aufgrund der aktuell doch eher etwas geringeren Kurse, durchaus attraktiv. Mal gucken, ob sich das dann auf die lange Sicht auch auszahlt. Ja, dann, wie gehabt, einmal einen Blick auf mein Depot, wie ist es derzeit aufgeteilt, welche Sparpläne habe ich ausgeführt und welche Einmalkäufe habe ich getätigt. Und ja, hier hinten ganz am Ende jetzt der Orion Office Street nach wie vor, die beiden Verrechnungskonten. Und dann geht das Ganze los mit der Münchner Rücks, Starbucks, Dominos Pizza, die jeweils mit 10 Euro gespart wurden, wie gehabt. Dann der Spider MSCI World Small Cap mit 25 Euro. Dann Diageo Waste Management mit jeweils 10 Euro wieder. Dann der iShares MSCI World ETF mit 100 Euro, der sich so langsam vorkämpft. Der Novemberkauf ist auch schon getätigt. Also, da wird man sich hier irgendwo hinter Stuck Industrial dann einordnen im November. Ansonsten Union Pacific. Dann Tiro Price, Stuck Industrial, AT&T Main Street Capital, jeweils alle mit 10 Euro bespart. Wie gesagt, AT&T und Main Street Capital, meine Einmalkäufe. Jeweils 20 Aktien habe ich da gekauft. Bei AT&T sind das 320 Euro gewesen und bei Main Street Capital ganz knapp über 700 Euro, für die ich die da gekauft habe. Dementsprechend 1000 Euro in Einmalkäufen noch reingesteckt. Und dann geht es weiter mit der Shell mit 10 Euro bespart, Safe Store nicht, Microsoft mit 10, Home Depot ebenfalls. Das gleiche gilt für Cola, PepsiCo, BlackRock, die Talangs ebenfalls. Die Ashtail Group habe ich nicht bespart, weil halt keine Sparpläne möglich sind. Das gleiche gilt auch für Safe Store. Dann 3M auch mit 10 Euro. Ne, nein, da habe ich den nach wie vor pausiert, den Sparplan aufgrund der Risiken, die da momentan ausstehen. Auch die DEFAMA nicht bespart. Allerdings gibt es da zukünftig die Möglichkeit. Die Consors Bank bietet da einen Sparplan jetzt an. Dann die Allianz mit 10 Euro, Imperial Brands, American Tower, Unilever, Omega Healthcare, Realty Income und auch British American Tobacco. Auch hier laufen ganz normal die 10 Euro Sparpläne weiter. Insgesamt ergibt das eine Summe von roundabout 1.400 Euro, die ich diesen Monat investiert habe, was nochmal ordentlich ist. Und ja, mal schauen, wie es Richtung Jahresende weitergeht. Ich vermute, die Eimerkäufe werde ich jetzt ein bisschen weiter zurückschrauben, gerade wenn es jetzt wieder ein bisschen nach oben gegangen ist. Ja, und so langsam die Munition auch ein bisschen ausgeht, da muss ich mal schauen. Das, was ich noch habe, möchte ich gerne behalten, falls es nochmal einen massiven Einbruch geben sollte, dass ich dann auch noch die Möglichkeit habe. Und ansonsten habe ich den Großteil meiner Mittel jetzt investiert. Ja, dann werfen wir natürlich auch einmal einen Blick auf die Gewinner und die Verlierer in meinem Depot. Das macht in einem so guten Monat, wie es der Oktober war, natürlich deutlich mehr Spaß. Wir starten einmal mit den Verlierern, weil es da nur relativ wenige gibt. Und der einzige Wert, der ein bisschen mehr verloren hat, ist Tiro Price mit 7,5%. Danach kommt Microsoft, leicht im Minus mit 3,7%. Das gleiche gilt für American Tower. Allerdings, man sieht es hier, sie waren zwischendurch einmal deutlich niedriger Mitte Oktober, wo genau der Sparplan ausgeführt wurde, was natürlich ganz nett ist. Und hat sich von da wieder in Stücken erholt. Ansonsten noch leicht im Minus Waste Management. Moment, Diageo und zu guter Letzt Starbucks. Wobei Starbucks hier Anfang November auch schon wieder ein bisschen was am Plus gemacht hat. Und dann sind wir mit den Verlierern auch schon durch. Ja, und dann kommen wir mal zu den Gewinnern. Davon gab es einige, die gehen wir jetzt nicht alle durch, sondern nur mal exemplarisch ein paar. Ganz vorne mit dabei. Bei Savestore mit 19,55% hat sich sehr stark erholt. Allerdings, ja, am Ende oder Anfang November hier auch schon wieder einen kleinen Tick nach unten gegangen. Trotzdem ein starker Monat von Savestore. Das gleiche gilt für Imperial Brands mit 17,24% im Plus. Imperial Brands ja auch ein massives Rückkaufprogramm angekündigt. Und das hat natürlich den Kurs befeuert. Und auch AT&T lief ziemlich gut. Der Kauf nicht perfekt gesetzt. Mit 16 Euro. Es war auch eine Zeit lang hier für 15 Euro zu haben. AT&T oder 15,50. Trotzdem mit 16 Euro ganz gut reingekommen. Hier mit einer größeren Menge von 20 Aktien immerhin. Und der Kurs jetzt wieder angesprungen auf über 18 Euro. Dann ebenfalls gut performt hat die Ashtet Group. Die jetzt endlich über Kaufpreis ist. Man sieht es, es gab hier einmal so ein, ja, klein bisschen nach unten. Da war sie richtig günstig in Anführungsstrichen zu haben für 41,80. Da war ich fast 20% kurzzeitig im Minus. Der Kurs hat sich da wieder gut erholt. Und ist jetzt über den Einstandswert schon rüber gestiegen. Ja, und dann kann man die Liste eigentlich so immer weiter gehen. Noch viele andere Werte, die zweistellig dabei sind. Eine BlackRock, Allianz, Duck Industrial und auch eine Mainstreet Capital, die ich ja dazu gekauft habe. Gut im Plus gelandet. Und hier hat sich so, naja, zumindest eine kurze Geduld, die ich da hatte, ausgezahlt. Der Kurs ist erstmal ziemlich gut gelaufen. Hier bei 44 Euro hoch gewesen zwischendurch. Meinen Sparten haben einfach laufen lassen. Und jetzt kam er halt hier nochmal zurück. Da habe ich entsprechend zugeschlagen für, was war es? Fast 35,30 Euro. Und jetzt ist der Kurs schon wieder gut angezogen auf über 38. Und ja, ganz guten Einstand erwischt. 7,5% ging es auch hier nach oben. Und ja, das war im Grunde alles, was es zu den Gewinnern zu sagen gibt. Es gibt halt eine Vielzahl diesen Monat mit knapp 20% einige dabei. Das ist schon enorm innerhalb eines Monats. Und ja, so könnte es gerne weitergehen. Das wird sicherlich nicht passieren. Trotzdem auch mal wieder schön, diese grünen Zahlen zu sehen. Ja, und dann sind wir auch schon beim Thema Dividenden angelangt. Und das ist das Einzige, was diesen Monat nicht ganz so erfreulich ist. Man sieht es hier schon im Oktober. Der Balken relativ klein. Kommt nicht an das Vorjahr heran. Wenn man die vorherigen Monate sich mal anschaut. September, August, Juli, Juni teilweise deutlich drüber, was meine Dividendeneinkünfte angeht. Und jetzt im Oktober einen Rücksetzer. Das hat natürlich Gründe. Das schauen wir uns auch direkt einfach mal an. Und zwar sind einige Zahler weggefallen. Ping An hatte ich ja mal im Depot. Die haben hier mit 23,04 Euro im Vorjahr noch ziemlich gut gezahlt. Das gleiche gilt für Stock Capital mit 14 Euro. Die hätten, hätte ich diese Position weiter im Depot, knapp 30 Euro gezahlt dieses Jahr. Aber Stock Capital wird ja von der Börse genommen. Dementsprechend habe ich meine Position darauf verkauft, weil der Kurs ist direkt angesprungen. Ja, oder minder genau auf den Verkaufspreis. Und dann brauche ich mein Geld da im Grunde nicht ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr tot liegen lassen. Sondern habe es dann auf die anderen Werte im Depot investiert und verteilt. Und ja, dementsprechend fällt hier einiges weg an Dividendenzahlern. Auch der eine oder andere ist noch deutlich kleiner, als er schon mal war. Aufgrund des Wohnungskaufs, da baue ich die Position ja jetzt wieder auf. Und ja, so sammelt sich das, kommt es zusammen, dass es weniger Dividende gibt. Der Einzige, der ein bisschen herausragt, ist American Tower. Die Position hatte ich ja stark ausgebaut. Da gab es 17,40 Euro. Und ich hoffe, dass sie die nächsten Jahre die Dividende auch weiter schön steigern werden. Dass das dann immer mehr wird. Und ansonsten gab es von Coca-Cola noch eine etwas größere Summe mit 7,10 Euro. Diageo 3,88 Euro. Von Mainstreet gab es 3,55 Euro. Der Orion Office-Read ist dabei mit 45 Cent. Realteam kam mit 10,79 Euro. Stuck in Dasville 1,98 Euro. Und dann war es das auch schon. Aber ja, was im Oktober nicht so schön ist, wird in den nächsten beiden Monaten deutlich besser. Da werde ich jeweils deutlich über 100 Euro an Dividenden einnehmen können. Gerade so die fraglichen Positionen wie Omega Healthcare haben schon veröffentlicht, dass sie die Dividende weiter ausschütten werden. Und dementsprechend sollte es da so zwischen 120 und 140 Euro geben. Und dann nochmal einen schönen Schub geben. Weil, wenn man einmal aufs Jahr guckt, bin ich mittlerweile bei den 967 Euro Dividenden, die ich netto erhalten habe. Das Vorjahr habe ich mittlerweile schon deutlich abgehängt um 220 Euro. Wie gesagt, 220, 240 Euro kommen noch roundabout dazu dieses Jahr. Und nächste Woche sollte dann schon die 1000 Euro fallen. Da gibt es dann vielleicht nochmal ein kurzes Special zu meinem Weg, meinen Dividenden, die ich erhalten habe. Ja, wie ich da die Position aufgebaut habe. Lang ist es nicht mehr hin, bis das passiert. Freut einen natürlich, motiviert einen enorm. Und auch wenn man auf die rollierende Dividende in die Zukunft guckt, auch die steigert sich natürlich immer weiter. Ich werde, wie gesagt, bei roundabout 1200 Euro Ende des Jahres landen. Und meine rollierende Dividende schon bei 1460 Euro, wenn nächstes Jahr alle Firmen so zahlen, wie sie es dieses Jahr auch getan haben. Niemand kürzt, niemand steigert. Also das ist alles nicht berücksichtigt. Dann kriege ich Stand jetzt nächstes Jahr schon roundabout 300 Euro mehr. Ja, und auch bei einer zweiten Sache bin ich dieses Jahr auf einen neuen Rekordhoch angekommen. Und zwar, wenn man sich einmal die Ersparnisse anschaut, das über die unterschiedlichen Jahre verteilt, dann habe ich auch hier ein neues Hoch. Im ersten Jahr waren es fast 12.000 Euro, die ich investiert hatte. Im zweiten Jahr waren es dann 13.802 Euro. Und dieses Jahr sind es mittlerweile 14.565 Euro, die ich investiert habe. Den Großteil davon in meinem neuen Depot bei Scalable, bei der Konsorsbank, tatsächlich hauptsächlich Sparpläne, die da noch laufen. Und ja, dementsprechend auch hier ein neuer Rekordwert. Das wird jetzt voraussichtlich die nächsten Jahre oder zumindest nächstes Jahr etwas weniger werden, weil ich habe es häufig genug gesagt, ich mir eine kleine Wohnung gekauft habe. Und hier gibt es auch doch nochmal das ein oder andere, wo investiert werden muss oder wo ich investieren möchte auch, was nochmal ausgebessert werden kann. Das Co. ist gemacht, aber die eine oder andere Sache fällt halt dann doch immer mal wieder an. Und dementsprechend, ja, gehe ich da zukünftig etwas konservativer ran mit den Möglichkeiten, die ich selber habe, was das Investieren angeht. Dazu werde ich aber dann sicherlich nochmal ein ausführliches, separates Video machen. Ja, und das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, das Update hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo für den Kanal, wenn ihr meine Reise weiterverfolgen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.